Ah ja. Ah, Jungs. So, da war ich schon mal drin. FixSafe habe ich gemacht. Ich regeneriere mich erstmal hoch, bevor ich mich wieder mit irgendwem anlege. Oops. Hm. Hi. Okay, da wäre eine... Luke. Okay. Ich mach nochmal Sicherheitsarbeit in FixSafe. Ich bin paranoid nämlich. Ups. So viel dazu. Okay, das bringt mir jetzt... So viel dazu. So viel dazu. So viel dazu. Oh. Und da durch. Und da durch. Okay. 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 Nein. Okay. 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 Ich wollte nicht wieder runter. Okay. Das war wieder nichts. Ich muss erst das Vieh loswerden und das werde ich am besten los, indem ich das Gitter öffne und einfach da stehen bleibe. Komm. Das will nicht so wirklich, das Vieh. Oh, da ist schon ein neues Vieh. Okay. Ah, ja. 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 Airmagic. Hm. Du bist ein Ballistic Airspe. Oh ja, und ich wollte ausprobieren. Was macht dieses Ding denn? Portal Anchor Set. Ah ja. Und portet mich hin und her. Okay. Gut. Es ist halt die Frage, kann ich das Ding wieder auffüllen? Mit Real-Mail. Es ist auf jeden Fall um einiges besser als die Brigantine. Mehr, nämlich mehr Rüstung und wiegt auf jeden Fall um einiges weniger. Gut. Äh, ups. Gehe ich noch hier raus. Immer wieder Quick-Safe machen. Das hat jetzt nichts gebracht. Wow. Warum da auch immer zwei gerade drin waren. Das war knapp. Das war glaubw. Okay, ich habe was aufgemacht da drüben. Das ging voll daneben. Das ging noch mehr daneben. Das ging voll daneben. Das ging voll daneben. Das ging voll daneben. Hier kann ich nichts reinigen, okay. Noch bin ich nicht so dumm und drücke einfach jetzt den Knopf. Ich raste erstmal meine Magic hoch. Was sagt eigentlich die Nahrung? Die ist bei denen noch okay. Im Augenblick geht es bei allen mit der Nahrung. Ein Hoch auf die Combo Recovery und Healing. Dank der brauche ich mir eigentlich keine Sorgen mehr um Nahrung machen. Ich habe halt trotzdem immer einen Sack Nahrung für Notfälle dabei, weil ich mir einfach penne mich. Mehr die Nahrung zu regenerieren und ich keinen Mana mehr dafür habe, dass die Magier was davon essen können. So. Oh, hi. Oh, hi. Das sind also die Watchtops. Au, es sind drei. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht so gut. Okay. Die Watcher sind die Golgorov, oder wie sie nochmal heißen. Ach ja, was ich noch gleich erwähnt habe. Ich habe mir ja die letzte Aufnahmesession nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Was die Texte angeht, die so schnell verschwinden, wie jetzt gerade eben auch. Es stand da, wir haben... Yggdrasil hat sich dafür bedankt, dass wir es gereinigt haben. Und hat uns einen Schatz versprochen, wenn wir in den Yggdrasil Teleporter-Room kommen. Wow. Not found all the fallen relics yet. They can be found in the underworld. Also, there's a mechanism being brought to the underworld. You do not have the power game yet. You will need this to destroy the labyrinth. And the tower of Amadazia. You will not have the weapon. Out. 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 Einer von euch geht.